Herzlich Willkommen bei 1FleutenTV Camp News. Da der für gestern geplante Ausflug mit dem Katamaran vom Wetter regelrecht verblasen wurde, widmen wir uns in den heutigen News unserem Torwart-Trainer-Duo. Da der Etat-Messi-Goalitrainer Andreas Keller leider nicht im Trainingslager dabei ist, übernehmen diese Rollen dieses Jahr Raffi Leutwiller und Reto Schlittler. Für den Schleifi, das Mädchen für alles in unserem Verein, ist das aber auch keine neue Aufgabe. Ich habe ja in den letzten zwei Jahren im Keller geholfen, weil allein ist es relativ schwer, aber mit den Übungen, mit den beiden Seiten, der mit dem Knie angeschlagen ist, geht es gut. Er hat auch viel gelernt natürlich. Ich kann sogar von seiner Expertise profitieren. Und wie schlägt sich denn unsere Nummer 1 zu Ramon Frauenfelder aus der Sicht der Trainer? Dass Kevin sich verletzt hat, Bänder ist, ist natürlich für Ramon nicht so einfach. Dafür können wir Ramon eigentlich mehr schleifen. Ja, er macht es bis jetzt gut. Er ist schnell auf den Beinen, aber es ist immer noch Room for Improvement natürlich. Um im Goalitraining immer neue Reizpunkte zu setzen, lassen die beiden Goalitrainer nichts unversucht. Aber für wo nehmen sie ihre Ideen für das Training? Wir haben natürlich zwei Sitzungen gehabt mit dem Kelly. Zwei 2-Stünder, wo wir alles durchgegangen sind. Wir profitieren auch noch von Kärtchen natürlich, YouTube-Videos. Sonst haben wir irgendwelche Kontakte zu anderen Goalitraineren. Jetzt nach drei Jahren Abwesenheit steht der Raff wieder jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Seien wir ehrlich, steigst du wieder in die Hose? Es kreuzelt, es kreuzelt. Aber warten wir mal. Da sind wir ja mal gespannt. Und für die Zuschauer der Woche der 1-Fleuten-TV Campnews schalten wir ins Ferne-Kolumbien zu unserer bezahlender Korrespondentin, Chantal. Hallo. Hallo alle zusammen. Hier ist die Aussenkorrespondenz der 1-Fleuten, Campnews, alles live. Wir sind hier in Guatapé mit wunderschöner Aussicht. Heute stelle ich euch den Zuschauer des Tagfahrt. Das wäre Ruben Erismann. Seine Hobbys sind Aussicht geniessen, wie schon gesagt. Arapa essen, manchmal ein bisschen kalt duschen, abwaschen, wenn es auch sein muss. Und ja. Das war das vergessen. Brief 코�neum. Dann